Wird die Inflationsausgleichsprämie bis 3.000 Euro als Hinzuverdienst an eine EM-Rente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage zum Thema Inflationsausgleichsprämie erhalten. Also bitte nicht verwechseln mit der Energiepreispauschale für Rentner. Die Inflationsausgleichsprämie, ich habe das in einem vorhergehenden Video schon mal kurz erläutert, ist eine rein freiwillige Leistung durch den Arbeitgeber im Zusammenhang mit den Inflationsausgleichsbedingten Kosten oder zum Inflationsausgleich für Arbeitnehmer. Das ist in § 3 Ziffer 11c Einkommenssteuergesetz so geregelt. Die Inflationsausgleichsprämie ist zum einen steuerfrei und sie ist zum anderen SV-Abgabenfrei. Und sie ist nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung kein Arbeitslohn. Das heißt also, diese monatliche Leistung als Einmalleistung oder monatliche Leistung als ratenweise Leistung sozusagen bis 3.000 Euro ist definitiv kein anrechenbarer Hinzuverdienst, der an eine Rente wegen Erwerbsminderung nach § 96a SGB VI anzurechnen ist. Deshalb ist klar und eindeutig, die Inflationsausgleichsprämie verbleibt bei Ihnen in voller Höhe, wenn sie in welcher Form auch immer bei Ihnen oder für Sie gezahlt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.